Hallo Freunde der DJI Mavic Mini Drohnen und DJI Mini 2. Heute wollen wir mal testen wie laut die Teile überhaupt sind. Dazu habe ich mir mal so eine App runtergeladen. Wie heißt die? Keine Ahnung. Dezibel Messer. Und ich weiß gar nicht in welcher Entfernung man das misst. 30 cm oder so. 70 Dezibel. So, nach oben müsste lauter auf der Seite. Vielleicht dauern, dass das Mikro unten ist. So, naja, so zwischen 65 bis 70 Dezibel. Das probieren wir jetzt mal mit der Mini 2. Das war die Mavic Mini. So, die DJI Mini 2. Also nach oben hin sind wohl beide Drohnen gleich laut über 70 Dezibel, weil ja auch der Schein auch oben weggedrückt wird durch die Propeller. Aber zur Seite hin muss ich sagen 3 bis 4 Dezibel ungefähr. 3 bis 4 Dezibel ist er leiser. Das merkt man ja auch allgemein beim Fliegen. Ja, gut. Das war es eigentlich schon. Mehr gibt es heute nicht. KAMAGE K another. KAMAGE Vielen Dank.